Bei mir ist heute Daniele. Daniele, du siehst zwei Prozent. Hallo, anderthalb, anderthalb. Ah, anderthalb, anderthalb. Und wir wollen heute zusammen ein Motorsport-Game. Das ist ein Race-Game. Es ist erstens mal eines der ersten Games, also überhaupt das erste Race-Game kommerzielle, das diese Features hat. Seit wann Games? Ich habe immer schon... Ich bin schon in den 90er in Italien mit einem Streetfighter-Kaschen mit dem Gousel gehangen. Und der hat irgendwie den Stick bedient und ich Knöpfchen, weisst? Und dann haben wir irgendwie Kombos rausgekommen. Wir wussten nicht, wie das läuft, aber es hat funktioniert. Und das Coole ist ja, bei den alten Games kannst du irgendwie Muskeln lernen, oder? Ja, voll. Die neuen, die sind so im Armikon, die Hilfe kriegst du gar nicht weiter. Aber schön gibt es ja jetzt immer wie mehr. Also, damit man eben als blinder Mensch kann fahren, muss man natürlich alles über das Gehör machen. Das heißt, gibt es da so E-Weis, wir sind in den Einstellungen jetzt. Zum Beispiel Kurvenhinweis. Da gehörst du was? Ich gehöre erstens mal einen Countdown, bevor die Kurve kommt. Und dann gehöre ich die Kurve Einfahrt, den Schreitenpunkt und die Kurve Ausfahrt. Und das gehört dann so. Das ist ein Countdown. Jetzt kommt die Kurve Einfahrt, Schreitenpunkt, Ausfahrt. Ah, du gehörst Du, 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 Du. Dann weisst du, jetzt ist die Kurve und dann noch eine Du, Du und dann noch eine Du. Ja, okay, alles klar. Der Nächste hat es hier noch. Bring es hin, weisst du. Ja. Oder es ist einfach, je nachdem, wie schnell es ist, wie schnell es ist, wie stark man abbremsen muss. Oder ob du es halt verpasst hast, mit dem Abbremsen. Ja, du wüsstest. Was du nachher auch noch hast, ist das Motorgeräusch, das je nachdem auf diese Seite wandert, wo du lenken musst. Okay, aber das sind ja x Töne, die gleichzeitig kommen. Ja, das ist schon. Schau, jetzt machen wir es einfach. Ja. Jetzt fährst du einfach mal eine Runde. Ja, schon direkt. Ich mache schnell ein Zeitrennen. Okay. Eben, du schaust gleich noch. Ja. Rechts fünf. Segmentpunkte 1,0. Und auf was hörst du genau? Auf den Motorgeräusch, weil es immer schön in der Mitte ist. Und jetzt kommt die Haarnadel. Linke Haarnadel lang in rechts zwei. Rechts fünf. Bremsen und Kurve Einfahrt. Erster Kurvenpunkt. Rechter Haarnadel lang. Segmentpunkte 1,0. Zweiter Kurvenpunkt. Winke Haarnadel lang in rechts zwei. Rechts fünf. Dritter Kurvenpunkt. Und jetzt. Segmentpunkte 1,0. Und eine Kurve, die in die andere übergeht. Die Linke. Der Ton geht nach links. Ich schüre nach links. Ah ja, jetzt. Und jetzt rechts. Oder? So. Und jetzt sind wir wieder rausgefahren und können wieder gehen. Und das habe ich jetzt aber nur noch machen, weil wir es sehen. Okay. Weil da hast du jetzt keine Chance zu reagieren, wenn du es nicht siehst. Aber du kannst auch vielleicht zurückspulen. Ja, das ist immer diese Kurve. Das ist immer diese Kurve, Daniel. Immer diese Kurve. Furchtbar. Ach ja. Also, Daniel, jetzt geht es mal ernst. Ich probiere auch blind zu fahren. Und deshalb mache ich mich selber blind mit dieser Kappe, die ich hier habe. Yeah. Ich probiere dir mal ein bisschen zu kaufen. Segmentpunkte 1,0. Links, 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 links. Zurückspulen. Nein, wieso ist das jetzt da? Zum Zurückspulen, Y. Zurückspulen. Links, links. Ja, so ist gut. Ja, ganz gemütlich. Genau. Hörst du, der blind zeigt ihm, wenn er durch muss? Ja. Ja. Zum Zurückspulen. Ah, Scheisse. Ah, das macht mich wahnsinnig. Zum Zurückspulen. Wo bin ich jetzt hin? In die Wand. Das ist extrem auf was, dass du alles mitmachen musst. Ja. Das ist mega schwierig. Und das Problem ist halt, ich weiss ja nicht, weisst, wenn du siehst, ob du dir bewusst bist, wie fest du lenkt. Wenn ich nicht sehe, habe ich das Gefühl, ich könnte extremer lenken. Das ist ein genaues Problem. Wenn du eben siehst, habe ich das Gefühl, dann gehst du mit dem Stick viel feiner um. Ja, ja. Voll. Es ist halt nicht mehr die Seite der Arcade-Halle, die hoch rechts links, die Sticks sind mittlerweile so fein. Genau. Wahrscheinlich wird ein paar nur auf den Fuss geschaut, aber ich finde, man darf schon sagen, dass es eines der schwierigeren Spiele ist und dass es, ich glaube, wenn man wirklich blind fahren muss, braucht es extrem steile Lernkurven. Das habe ich schon auch gemerkt. Das ist ja bei dir so. Also dann müsste es fast täglich das gehen. Lea, also ich kann mir ganz ehrlich so zwischen uns, ich kann mir nicht vorstellen, wie ganz voll bringen, obwohl sie sagen, sie spielen, wie das Geil. Ja, hey, Sirkus, bist du dabei gewesen? Ja, danke euch.